Ja, man hat uns ein wertiges, gutes Instrument für Entwicklung jeder Art, für kulturelle Entwicklung, für politische Entwicklung, für einen gesellschaftlichen Austausch, der im Kontext der Digitalisierung ja extrem wichtig ist, einfach weggenommen. Die CeBIT ist Geschichte, aber sie hat auch Geschichte geschrieben und sie hat, so haben wir gerade erfahren, keine Zukunft mehr. Ich rede jetzt mit jemandem, der ganz nah dabei war, zu anderen Zeiten als bei der CeBIT wichtige und auch manchmal schwierige Entscheidungen getroffen wurden, und zwar dem Ex-CeBIT-Chef Professor Sven Prüser. Hallo Sven, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag aus Hannover, ja. Du bist also noch in Hannover, aber eigentlich arbeitest du ja mittlerweile in Berlin, aber jetzt im Moment bist du gerade in Hannover. Jetzt bin ich gerade in Hannover, ja, muss man ja schnell hierher kommen und ein bisschen Pflaster auflegen. Unterstützung bei der Trauerarbeit? Zumindest bei einigen der Beteiligten, genau, natürlich. Du kennst viele der Leute, die da dabei sind. Es scheint wirklich so zu sein, dieses Auskam, extrem überraschend, richtig? Das ist der Eindruck, der flächendeckend ist, also gerade hier in Hannover nochmal besonders. Der NDR hat in den Straßen gefragt. Es gab eigentlich keinen, der nicht ein ausführliches Statement dazu hatte. Und in allen war deutlich, somit hat keiner gerechnet. Dass die Situation schwierig war, das war schon klar, natürlich. Das zu ignorieren wäre dumm, aber die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt, das war sehr überraschend. Jetzt gibt es eigentlich verschiedenste Stimmen zu dem ganzen Thema. Man hört alles Mögliche. Also hier mal so eine Auswahl an Meinungen. Die Einschätzung gibt jetzt ganz unterschiedliche Stimmen wieder, wie dieses Ende jetzt einzuschätzen ist. Die einen sagen, das ist ein Desaster für den Standort Deutschland. Die anderen meinen, ach, das wäre sogar eigentlich ein super Signal, weil Disruption eben nun mal alles erwischt. Und jetzt frage ich mich und frage damit auch dich, was ist es denn nun? Ist es Desaster oder ist es eigentlich egal für den Digitalstandort Deutschland? Ich glaube, sogar beides ist richtig. Das ist in der Tat ein Desaster, denn was ja auch immer zu Recht gesagt worden ist, mit der CeBIT hatte die IT-Industrie Deutschlands und eigentlich auch Europas ja immer ein Instrument, zum Beispiel in gesellschaftliche Diskussionen einzugreifen. Ich erinnere an die Frage der Green Cards. Das war eine CeBIT, auf der die Green Card hier verkündet wurde. Wir haben die gesellschaftliche Diskussion um die Technikfeindlichkeit der Jugend ganz am Anfang der CeBIT gehabt. Und da war die CeBIT immer ein Motor, um gesellschaftliche, wirtschaftliche und sogar kulturelle Entwicklungen voranzutreiben. Die Option ist jetzt kaputtgeschlagen worden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist ein gutes Signal. Es zeigt nämlich ja in der Tat, wie der Status der Digitalisierung in Deutschland ist. Es ist nämlich desaströs. Und dass dann konsequenterweise auch eine CeBIT dann hier nicht mehr existieren kann. Das passt irgendwo. Und ich hoffe, dass das Signal auch klar ankommt, bei denen die Wirtschaftspolitik aktuell nicht machen, die Wirtschaftsverhinderungspolitik machen. Das heißt also, du glaubst schon auch, dass der Standort Deutschland und nicht nur der kleinere Standort Hannover unter dieser Entscheidung massiv leiden wird? Ja, man hat uns ein wertiges, gutes Instrument für Entwicklung jeder Art, für kulturelle Entwicklung, für politische Entwicklung, für einen gesellschaftlichen Austausch, der im Kontext der Digitalisierung ja extrem wichtig ist, einfach weggenommen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir daraus dann hoffentlich positive Konsequenzen ziehen. Hast du denn eigentlich die letzten Tage, nachdem das Ganze rufbar geworden ist, ruhig schlafen können? Oder hat dich das umgetrieben? Immerhin hast du ja einen Teil der Gleise mitgelegt, die jetzt in einen Sackbahnhof geführt haben. Selbstverständlich. Das ist zum einen natürlich immer die Frage. Bei jeder Nachricht über die CeBIT fieber ich mit. Das ist aber schon seit Jahrzehnten, schon seit dem Anbeginn. Ich habe als Student schon auf die CeBIT immer gewartet und Benin gefahren. Natürlich, man hat mir jemanden weggenommen, der eigentlich den Status eines engen Verwandten hatte. Da schläft man nicht ruhig. Aber es wäre ungerecht. Ich bin ja ganz woanders jetzt aktiv. Am schlimmsten, denke ich, trifft es die, die unmittelbar gearbeitet haben, die ja Tag und Nacht, im Wortsinn Tag und Nacht dafür gearbeitet haben. Und namentlich als Symptom für alle Oliver Frese halt. Der hat ja wirklich bis zu den physischen Grenzen sich für diese, auch für die neue CeBIT eingesetzt, hat gekämpft wie ein Löwe oder eigentlich mehr. Und muss jetzt feststellen, war nichts. Du warst lange genug im Messeturm. Du hast erlebt, wie komplizierte Entscheidungen und auch manchmal schwierig zu kommunizierende Entscheidungen innerhalb von so einem großen Tanker, wie es die CeBIT war, getroffen wurden. Wie stellst du den Ablauf dieses Tages vor? Kurzer Anruf, Oliver Frese, kommen Sie mal ins Büro oder was? Na, ich vermute mal, dass es nicht von heute auf morgen gekommen ist. Natürlich war Oliver Frese, ist jetzt Spekulation, aber ich halte die Indizien, sprechen Sie dafür, war natürlich dabei, diese Entscheidung auch vorzubereiten und aktiv mitzuarbeiten. Denn er gehört ja nun wirklich zu den loyalsten deutschen Messe-Mitarbeitern überhaupt. Ja, sie sind schließlich an Führung der Position gekommen. Und natürlich ist ja Niedersachse durch und durch. Das musste auch abgestimmt werden mit den Eigentümern, mit Aufsichtsräten. Ich vermute mal auch mit den Verbänden. Und da kann man das nicht ohne Oliver Frese machen. Gut, dann gab es irgendwann eine Mitarbeiterversammlung, da wurde es verkündet. Und ich meine, es war doch eigentlich klar, dass so eine Veränderung nicht mit einer Messe, mit einem Event zu regeln ist. Einmal machen wir neu und dann ist alles wieder wie vorher und alles ist super. Es war allen klar, das wird ein Marathon und es wird sicherlich kein Sprint. Warum hat man mit dem Umbau überhaupt angefangen, wenn man jetzt doch so offensichtlich kurzfristig entscheidet, es wieder bleiben zu lassen? Ich verstehe das nicht. Das war Teil dessen, was auch für mich persönlich ein Teil der extremen Überraschung war. Achim Berg hatte schon im Vorfeld der diesjährigen CeBIT gesagt, man muss mindestens drei Versuche, also drei CeBITs machen, bevor man wirklich sagen kann, es hat das gebracht oder nicht. Jetzt hat man ein und ein bisschen gemacht und begeht öffentlich Selbstmord. Das war schon ein bisschen komisch, ja. Du hast es gerade gesagt, der Achim Berg hatte das gesagt, der Minister Altmaier hat es auf der letzten Veranstaltung unter großem, tosendem Applaus der Branche auch gesagt. War es jetzt aus Sicht der Menschen, die die Entscheidung getroffen haben, wir reden gleich noch über die, die das eigentlich sind, war das ein Mangel an Weißsicht oder war es ein Mangel an Realitätseinschätzung? Naja, das ist ja immer die Problematik bei Prognostik. Ja, sie spielt leider in der Zukunft. Ja, und da kann man natürlich verschiedene Faktoren dann möglicherweise nicht so klar einschätzen. Ein zentrales Thema wird sicherlich gewesen sein, dass es unglaubliche Sympathiebekundungen in der gesamten Industrie gegeben hat, insbesondere in der IT-Industrie, aber die nicht im gleichen Maße in Anmeldungen gemündet haben. Das heißt, wenn alle Leute sagen, das ist ja prima, dass ihr euch hier anstrengt, aber keiner macht mit, dann kann man es auch lassen. Dass die Deutsche Messe AG ist, ist dafür dann wiederum dann doch eine Nummer zu klein. Wir können nicht Digitalisierung ersetzen in Hannover für die ganze Republik. Wurden denn Fehler im Messemanagement gemacht und hast du das Gefühl, auch in deiner aktiven Zeit, dass du an bestimmten Stellen vielleicht falsche Weichen gestellt hast? Ob es die Weichen, naja gut, die Weichen kann man ja wieder zurückstellen, das ist nicht, aber ich denke, ein ganz zentraler Punkt, der auch zu den Fehlern gehört, wo auch mein Name daneben steht, ist sicherlich die Diskussion um die Privatbesucher oder nicht Privatbesucher. Die Diskussion hat die CeBIT ihr ganzes Leben lang begleitet, aber wir haben uns eigentlich an der Stelle als die Akteure damals auch eigentlich diese Diskussion dann zu sie auch aufzwingen lassen. Am Anfang war es ein bisschen anders, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber da gab es ja eine Zeit, wo die Jugend überwiegend IT-feindlich war. Man bekämpfte Informationstechnik, wo immer möglich und auch die IG Metall war da ganz vorne. Da war es auch der Industrie klar, dass wir sehr viele Jugendliche brauchen, Kinder brauchen, Studierende brauchen, was auch immer, um ihnen zu zeigen, dass IT nicht beißt. Aber von dem Moment an, wo das nicht mehr so der Punkt war, hieß es dann immer, die brauchen wir hier nicht auf den Ständen. Und diese Diskussion ist ja dann gerade nach 2000 dann nochmal verschärft worden und hier hätten wir einfach sagen müssen, die gehören auf die Messe und Ende der Diskussion. Viel wichtiger sind andere Themen, zum Beispiel die gesellschaftliche Relevanz. Und da braucht man möglicherweise sogar Publikum. Bin ich mir nicht ganz so sicher, denn auch eine GSM oder eine CES in Las Vegas haben natürlich gesellschaftliche Relevanz und zwar ohne Privatpublikum. Aber es ist auf jeden Fall nicht hinderlich und kann helfen. Und ein gesellschaftlicher Dialog, so wie es zu den besten Zeiten der CeBIT ja dann tatsächlich auch passiert ist, der geht in der Tat nur, wenn man wirklich auch an der Stelle die Tore sehr weit aufmacht. Was wurden aus deiner Sicht der Dinge dann in den letzten Jahren an Fehlentscheidungen getroffen? Also das nicht kostenfreie WLAN alleine kann es ja nicht gewesen sein. Das war ein Symbol. Ich meine, das ist in der Tat, ich weiß gar nicht, Sascha Lobo war es, glaube ich. Das ist der, der an der Stelle ja darauf hingewiesen hat. Da haben einige nicht verstanden, worum es hier geht. Es waren in der Tat signifikante Einnahmen, aber mit so einem Symbol zeigt man, dass man wirklich 90er Jahre ist. Und das ist eben genau, was man eben nicht an der Stelle braucht. Dass Standpartys intensiv bekämpft worden sind, das ist nicht richtig. Und ich glaube, möglicherweise ist in der Kommunikation ein bisschen was falsch gedreht worden. Sicherlich nicht von der Presse im Übrigen, also nicht von der Presse Presse funktionieren. Aber in der Rezeption in der Branche, dass man gesagt hat, wir machen jetzt Stadtgeschäft Festival. Und das geht sicherlich nicht. Das funktioniert nicht. Wenn man sich überlegt, dass man ja als Besucher einen Reiseantrag stellen muss als Fachbesucher und zum Chef geht und der hat gehört, dass das jetzt ein Festival ist, in dem keine Geschäfte gemacht wird. Der zeigt einem doch einen Vogel, wenn man dann einen Reiseantrag bekommen möchte. Das heißt, man hätte weiter sozusagen feiern dürfen, aber bitte heimlich, wenn ich dich richtig verstehe. Und gleichzeitig, aber höre ich daraus, du bist eigentlich gegen die Festivalisierung gewesen, oder? Da bin ich ganz sicher, das ist auch mit meinem Namen verbunden. Das ist nicht meine Welt. Aber ich bin nicht ein Gegner von Spaß. Im Gegenteil. Die anderen Rückrufen kann man es ja lesen. Und es gab ja zwei CeBits in der Spitzenzeit, nämlich die von 9 bis 18 Uhr und dann ab 18 Uhr den viel lustigeren Teil. Und das war eine perfekte Mischung. Gut, das ist jetzt auch tatsächlich 90er Jahre, 80er, 90er Jahre. Aber es gibt ja andere Formen. Für mich ist zum Beispiel, also wirklich ein glänzendes Beispiel, die IFA mit ihrem Hausgerätebereich. Ich war ja auch mal IFA-Chef, als wir vor 20 Jahren, und ich war nicht der Erste, gesagt haben, wir holen die Hausgeräte auf eine IFA und wir machen daraus ein Festival. Da haben die Leute gesagt, ihr habt, ihr spinnt, fahrt mal euren Drogenkonsum langsam runter. Heute gehe ich genau in diese Hallen. Ich gucke mir das an. Ich gucke zu, wie Nels Müller kocht. Das ist faszinierend. Das ist super. Und das ist natürlich auch ein Weg, wie man moderne Technologie in eine Öffentlichkeit bringt, in den Handel bringt. Hier ist Kommerz und Festival perfekt verbunden. Wenn ich dann allerdings einen Lokalbaden aus Hamburg hierher hole und dann statt Geschäft dann hier singen lasse, das ist dann ein Fehler. Nun hat die Messe zwar die Entscheidung getroffen, aber im Grunde, ist mein Eindruck, hat es die Branche getan. Die Messe hat exekutiert, aber die Branche hat durch mangelnde Unterstützung gesagt, brauchen wir nicht mehr. Ist es denn so, dass die Branche, insbesondere auch die deutsche, weil natürlich sind auch ausländische Unternehmen, die kein Interesse daran haben, dass in Deutschland ein guter Digitalplatz weiter bestehen bleibt. Ist denn die deutsche Digitalbranche, die deutsche Digitalwirtschaft an dem Punkt, wo sie sagt, wir brauchen eigentlich so eine Marke international, wie es die CeBIT war für Digitalisierung, nicht unbedingt in Deutschland, auch vielleicht gar nicht in Europa? Ich denke, da muss man in der Tat scharf unterscheiden, sozusagen in drei Gruppen im Prinzip. Das ist einmal die deutsche Industrie, da ist ja nicht viel übrig geblieben. Es gibt eine Deutsche Telekom, es gibt eine SAP als die ganz großen Spieler. Und die Deutsche Telekom hat ja dies Jahr schon sehr deutlich gezeigt, dass sie nicht bereit ist, Verantwortung für den Digitalstandort Deutschland zu übernehmen und schon gar nicht die CeBIT zu unterstützen. Eines der Vorstandsmitglieder konnte sich nicht mehr entblöden, ein Bild von leeren Gängen von der CeBIT zu twittern. Peinlich und inkompetent, die sich hier zeigt. Es gibt die europäische Industrie, die nicht unbedingt ein Interesse daran hat, irgendwas in Deutschland zu machen, die auch eigentlich das Potenzial der CeBIT gar nicht verstanden haben, außer wenn es um die Partnerländer ging. Und dann gibt es die internationale Branche und da kann man sagen, was interessiert einem unter einem Unternehmen aus Taiwan, wie der Digitalstandort Deutschland sich entwickelt. Die haben ganz andere Sorgen. Und eine Microsoft, auch aus dem Ausland, eine Microsoft hat natürlich, sie nimmt mehr Verantwortung wahr als die Deutsche Telekom für den Standort Deutschland, aber eigentlich ist das nicht deren Job. Das heißt mit anderen Worten, man kann ganz konkret sagen, die Branche hat sich selbst nicht genug um dieses Thema, um diese Marke gekümmert. Die Marke selber konnte es nicht mehr stemmen und damit hat sich das halt jetzt erledigt. Wie traurig bist du? Sehr, sehr traurig, ja. Ich hoffe, man muss ja auch vorwärts gucken. Ich hoffe, dass es ein sinnvolles Opfer war, dass das gedreht wird und dass wir jetzt sagen, okay, es wird Zeit, dass wir uns mal angucken, was wir jetzt eigentlich in der Zwischenzeit alles verloren haben. Ich meine, das Datenschutzungeheuer aus Brüssel wurde ja auch nicht sauber bekämpft. Es sichert jetzt ganz fest, es macht sicher, dass Deutschland keine Chance mehr hat, den enormen Vorsprung der Chinesen und Amerikaner einzuholen. Und statt dieses Problem anzugehen, wird es als großen Sieg des Datenschutzes gefeiert. Und das ist symptomatisch. Und vor so einem Hintergrund kann man auch keine CeBIT machen. In jedem Ende wohnt auch ein Anfang, habe ich mir sagen gelassen. Wir sind beide gespannt auf das, was dann jetzt neu anfängt. Ich danke dir für die ehrlichen und geraden Worte, auch auf Basis deines Insiderwissens zur CeBIT und zur Messe. Danke, Professor Sven Prüser. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.